Eins, zwei, Mike check! Here we go! Diffresseur! Traumberuf, Politiker oder Popstar? Popstar. In die Sauna mit Merkel oder Steinbrunn? Sauna. Merkel. Wie spannend wird das Wahljahr 2013? Super, also... Ich mein, wie war's war die Frage? Wahlen ab 16? Ja klar, mit 16 fängt man an... Da fängt das schon an, wüsste? Also ich hab das Beste mit 16 erlebt. Wen wählst du? Ich wähle NPD. Bushido. Was ist eine Kartoffel? Das ist eine Frucht. Negerkuss oder Mohrenkopf? Mohrenkopf, auch wenn ich nicht weiß, was das heißt. Das Gleiche. Wie viele Freunde hast du auf Facebook? 3418 oder so. 4900, aber jetzt nehm ich nichts mehr an, weil ich darf noch 100 nehmen, dann ist es voll. Also es ist schade, dass man nicht mehr als 5000 nehmen kann. Das ist auch falsche Politik, weißt du? Also wir wollen mehr wählen, aber können nicht, verstehst du? Was erwartest du vom YouTube-Kanzler? Er muss was drauf haben. Ja, auf jeden Fall. Also Dima wäre perfekt dafür. Aber ob er auch Zeit hat... Ich hab keine Zeit. Deswegen müssen wir jemanden wählen, der keine Ahnung davon hat. Nein, Spaß. Putin? Demokrat oder Diktator? Diktator. 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 Wunschkanzler wäre auf jeden Fall P. Didi. Der kann gut rappen. Bei mir ist es entweder Bushido, Sido oder Fu Zawash oder Eko Fresh. Einer von denen also. Das ist auch eine gute Politik. Halt! Stopp! Diktator. Diktator. Diktator.